Ha, der ist tot und sitzt da einfach. Also ich komm nicht mal bis zum Container, da bin ich schon tot. Ah, tut weh, tut weh. Alter! Du hast dich gewartet, mein Freund. Extra für dich. Okay, dann mach ich jetzt was anderes. Wirklich jetzt oder nicht? Oh, komm schon. Was müsste das sein? Was macht der jetzt? Steht oben mit der Barrett. Hä? Dachtest du, du machst was anderes? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da kann keiner langkommen. Ja, nicht. Hey! Nein, mein erster Tod, glaub ich. Ne, zweiter schon. Scheiße. Och komm! Ja, was denn? Das machst du auch immer. Das machst du auch immer. Ich weiß. Wenn jemand anderes ist, macht es das behindert. Vor allem, wenn du dabei stirbst, ne? Ja. Kameran sieht egal. Ich hab dich schon vorher gesehen. Und ich hab schon vorher einmal auf dich geschossen, aber ich hab mich getroffen. Oh, ich bin einfach Snipergott, ey. Zumindest gerade. Gerade läufst du da. What the fuck? Mir läuft gar keiner vor das Rohr. Das ist total nervig. Aber will ich die alle wegholen? Zwar nicht viele, aber... Ich bin... Willst du da, Junge? Jaal! Ich mach jetzt auch noch was richtiges. Bitte lass das funktionieren, dann sei das echt geil. Okay. Feuer in der Hau! Feuer in der Hau! Feuer in der Hau! Oha! Okay, jetzt mach ich meine Russia-Taktik. Das ist das erste Mal, dass ich mit dieser Kack-Waffe spiele. Ich probier's einfach aus. Welche ist es? Learning by doing, Alter. Learning by doing. Aua, 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 aua. Ah, nee, das tut weh. Ja, wenn er... Ich seh gar keinen. Ja, das ist bei mir grad auch das Problem. Und dann bringt meine Russia-Taktik... Nichts, Mann. Ja, lol! Hä, wie nix, Alter. Late-Kill, hinkst du ihn. Bei denen an dem... Beim blauen Container in der Mitte ist einer. Ja, der hat mich auch geholt, ey. Der ist gut. Und tschüss. Weißt du, ich kann einfach nirgendwo langlaufen, weil ich dann so tot bin. Alter! Wie der mich auch sieht, ne? Ich steh hinter ner Ecke. Komplett versteckt. Mal komm, um die Ecke. Das enthält schon, ey. Wie heißt der? Etino-Bord. Ja, Etino-Bord. Oder so. Das ist ein saukomischer Kerl. Ich seh den. 128 FPS, Alter. Der sieht... von mir... geht um die Ecke rum und schießt nur auf mich mit Schrift die ganze Zeit. Unglaublich. Langsam reicht's jetzt aber, Oma. Niklas, was machst du denn? Hasta la vista. Niklas. Snipes du? Scheiße, mein Team ist einfach so verkackt. Weißt du, du läufst um... Läufst du... Knackst voll gut? Nein, ich... Kack voll. Wow. Der stimmt ja nicht. Wenn sie einmal im Visier haben, dann bist du so gut wie tot. Das heißt, wie du sie? Ja, Hedgehaut tot. Ja. Das ist bei den ersten drei Schüssen, die aus der Waffe rauskommen. Also, es ist schon... Der Sniper ist oben. Hm. Du weißt auch, wer das ist. Verpiss dich mit deinem Spawnschutz. Ich hatte doch gar keinen Bock. Und den ersten hast du... Den ersten hast du getankt. Den ersten hast du getankt. Also hattest du noch ne Chance. Also sei mal leise. Ja, mit 6 HP. Ja, beim snipen ist das egal. Hä? Du hast ne Rüstung an. Leichte aber. Leichte Rüstung ist ja nix. Ja, und dann habe ich meine... meine Geschwindigkeit mit Mobility dazu ausgeglichen, weil ich die für 30 Tage habe. Uuh. Ey, du bist so ein Kämter. Weißt du, man geht in die End. Man spielt schon extra. Boah, der ist von beiden Seiten. Ich habe dich schon vorher gesehen. Ebenwo ist auch einer in unserer Base am Gammel. Ja, ich weiß auch. Ey, du hast auch... Da schieß ich mit der Katze. Okay, dann musst du ihn eigentlich treffen. Ah, und dieser E-Toto ist... Uah! Ey. So, jetzt gibt's B90 und dann... Na, dann... B90 und dann... Na, dann... Ey, die sind einfach alle vor unserer Base. Ich kann warten hin und dann rausrennen. Ja, dachte, dass ich nur, weil ich eine Sniper habe, kann er mich mit Dings holen. Mit Pisten oder was? Nö. Oh Mann, der mit seiner Farmers, der geht mir total auf die Eier. Oh, mir geht dieser Mord. Also, den Fett nicht bekommen, Fett nicht vorher angestroffen. Weil dadurch meine Waffe ist voll... Wieso treffe ich diesen Idioten nicht? Der hat ja auch schwere Rüste wahrscheinlich. Geh doch! Alter, der hat 16... Alter, der hat 16... 16 HP, dann treffe ich den. Und dann hat er noch 5. Ne, das will ich nicht sagen, aber das war ein Witz. So, jetzt haben wir sie zumindest mal zurückgedrängt. So, jetzt haben wir sie mal mit was. Niklas steht da. Boah, der regt mich so auf. Der kommt mit seiner Farmers raus. 5 Schütze weg bin ich. Guck mal, ich bin so nervig. Boah, was habe ich denn hier für eine Stelle? Aber da sehe ich Niklas nicht. Oh doch. Mann! Scheiße, ich dachte, ich könnte dich ein bisschen verarschen. Hä? Aber trotzdem... Schmepp ich dann bitte respawn. Warte, was war das? Der hat mich einmal getroffen. Nix ist fast mal da. Überhaupt nicht. Ja, was ist denn das? Mir wird ein Treffer angezeigt und 5 sind es insgesamt. Das ist doch echt... Oh. Weißt du, du kannst nicht mehr sehen, um, weil der einfach nie... Halt, ähm... Shinigami, ich habe den E-Tonro weggeholt. Da war der. Schon wieder tot? Ja, die heben ja meine Waffe auf der ESM. Das ist doch witzig. Nimm dir einfach meine Waffe, um dich zu töten. Dieser E-Hein ist total behindert. Der E-Hein. Ist unser richtiger Eher. Der kommt einfach um die Ecke und haut dich weg. Fertig. Oh. Ist für ihn ganz leicht, wahrscheinlich. Ja. Vor allem übers halbe Feld mit der Farmers. Scheiße, das scheiß Ding. Ich glaube, da kommt keiner mehr. Äh. Oh, oh, oh. 20, 9... 10, 29, so rum. Das ist so scheiße. Aber eigentlich ist die KD ja nicht so wichtig. Also, finde ich. Ja, aber schlechte KD ist dann auch immer gerade, äh, für, ja, verlorenes Spiel praktisch. So persönlich verlorenes Spiel. Ja, ja, das schon. Aber guck mal, ich kriege meine KD immer weiter hoch. Ja, ein Spiel aber, die ist hoch. Das andere Mal trete ich sie runter, dass ich zwei Spiele brauche, um sie wieder hochzubekommen. Ja, das ist das Problem. Okay, jetzt sind wir nur noch vier. Drei. Ja, sollen wir einfach mal starten? Dann kommen vielleicht Leute rein. Oh, die kommen schon wieder. Äh, darf ich noch kurz Waffe wechseln? Danke. Danke, danke, danke. Finde ich echt nett. Okay. Mal gucken, wer im Team ist. Ah, ich bin alleine. Niklas, machst du dich nicht bereit? Ist er aber nur da. Keine Ahnung. So haben wir eben warten. Niklas? Ne, wo ist es? Ja, wow, umgeht wieder. Niklas, ist der weg? Ich weiß nicht, was mit dem ist. Kann ich auch noch, Verbindung verloren oder sowas. Kann ich sagen. Aber auf Skype ist er da noch da, ja. Vielleicht ist er gerade weg kurz oder so. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Ja, ist mir egal, wir können schon mal starten, wenn du willst, oder? Ah ja, legen wir los. Okay. Legen wir los. Oh, ich bin jetzt. Games dacht. Ich bin canceled. Oh, ich bin einfach nur in dem Clan. Ich mach doch nicht so viel. Oh, ich bin einfach nur in dem Clan. exzessiv spielt ja wir waren mal in der bronze also jetzt sind aber irgendwie drei zwei jetzt ist man das was man mal drin ist denn hier bei der base rum was erwartest du ich bin bei der base rum Müssen wir ja mal was probieren. Niklas, du bist gegen uns, ne? Und bist tot. Schuss. Yo! Wieder einfach um die Ecke, komm! Ja, was denn? Soll ich dich streicheln? Hö, Niklas, denk voll den Headshuttle! Jedes Mal. Jedes Mal nur den Niklas, den seh ich nicht mal. Stirb! Mann, Mann, Mann. Moin! Ich hätt mir doch mal die Farmers holen sollen. Ja, du... Aber das ist schwer, sag ich mal. Aber auch nur relativ. Die UPM ist richtig geil, aber dafür hast du auch noch alles weggeschossen. Ja, und die ist nicht so unbedingt die genauste Waffe. Damit hab ich kein Problem. Bei der aber auch nicht. LOL! Alter, was hat mit der für ein Leck hier? Dann sind drei Shed-Schuss in der Reihe. Nice, ja, da steht 10-3. Finde ich ganz nice. Ja, Mann, das ist mein Mann. Hä, was ist das eigentlich für ein Typ? Oh, Jan! Jan, Dex? Ja. Oh, Jan. Frag ihn. Das war aber Luck-Shot. Der ist einfach so richtig auf deinen Kopf gesprayt. Na, weg. Weg. Sherry-Tech-Cracian. So nervig, diese Sonderwaffen. Vor allem, weil die auch mehr Schaden machen und so. Ja. Schneller nachladen. Lauter so ein Kacke. Ja, hä? Er schießt in den Boden. Aber ich hab mir ja die Hover-Type geholt. Und ich muss sagen, ich bin echt überzeugt von der bis jetzt. Weil die verzieht echt kaum. Okay. Nice. Nice. Hex. Oh. What? Ich krieg halt gar nichts auf die Reihe. Alter, der aus eurem Team, ne? Dieser erste von euch, ne? Der haut mal rein, ne? Der macht nur Headshots. Achte jetzt mal drauf oben. Oben rechts, wenn er killt. Nur Headshots. Und die gelogen. Ja, guck. Schon wieder. JS-Kari-MW. Aber was das heißt? Ja, das bestimmt ein Türke. In so einem Türkenplan. Und die sind ja nur am... Nur Headshots. Guck auf seine ganze Kills. Oh, jetzt hat er einen Kill gemacht, der keinen Headshot hat. Ja. Irgendwo hier rein. Ich würde eigentlich ein Inboard laufen. Ich würde eigentlich ein Inboard laufen.